Die aktuelle Generation des Ford Focus ST steht auch in einer Dieselvariante zu wahren. Der 2 Liter TDCi Turbomotor leistet 136 kW, 185 PS. Das sind genug für einen Sprint des 5 Türers auf 100 kmh in nur 8,1 Sekunden. Das maximale Drehmoment von 400 Nm liegt konstant zwischen 2000 und 2750 Touren an. Dies verleiht ihm eine enorme Durchdruckskraft. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 217 kmh. Noch ansprechender als die reinen Papierdaten sind die vielen positiven auf den Fahrer einwirkenden Einflüsse. Fahrer und Beifahrer sitzen auf elektrisch verstellbaren Recaro Sitzen. Die Lenkung ist forttypisch, leicht und super direkt. Die Akustik ist dunkelsonor, ganz ohne Prollig zu wirken. Felgen und Karosserie Design wirken sehr hochwertig. Copyright Untertitel sellen Ahoff REFERERERER werden technical undertone. Viejeren Sendungрист除 spinstы Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.